Hey Leute, willkommen zur neuen Folge von Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Es ist ein Podcast, es ist ein Audioformat auf YouTube. Das ist nur so mittelsinnvoll, deshalb hört ihr ihn euch am besten direkt in der ARD Audiothek an. Denn da gibt es erstens eine längere Version und zweitens könnt ihr den Podcast da abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Klickt also einfach oben auf die Infokarte. So, und jetzt viel Spaß. Bei den langfristigen Problemen wie der Klimakrise, wie bei dem Artensterben, haben die Verantwortlichen immer das Gefühl, dass man noch Zeit hat. Aber irgendwann läuft die Zeit ab und jetzt ist so langsam die Zeit gekommen, wo wir eigentlich überhaupt keine Zeit mehr haben. Ja, kurze Erinnerung zum Einstieg vom Klimaexperten Multiplativ. Dass die Klimakatastrophe real ist. Wie oft kann man das Wort Zeit in einem Satz unterbringen? Aber einfach nicht, nicht, dass irgendjemand hier Gefahr läuft, zu gute Laune zu bekommen. Aber zum Glück gibt es ja jetzt das Öko-Label für Erdgas und Atomkraft. Es ist also alles in Ordnung. Hurra! Herzlich willkommen zur letzten Folge von Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast vor der Sommerpause. Ich hoffe, dass die Welt uns den Gefallen tut, über den Sommer einfach nichts Dramatisches passieren zu lassen. Denn sonst muss es zumindest in diesem Podcast unbesprochen vergehen. Aber diese Woche besprechen wir noch. Mein Name ist Sarah Bosetti und zu Gast bei mir ist heute der Mann, der zusammen mit Boris Rosenkranz über Medien gegründet hat. Und das Bild-Blog hast du auch gegründet, ne? Verrückt. Stefan Niggemeier ist da. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Du bist Medienjournalist. Ja. Das steht überall. Hast du das Wort dir selber irgendwann ausgedacht und gedacht, das beschreibt mich gut oder waren das andere? Ne, das gab es schon. Das ist gar kein ausgedachtes Wort. Es gibt auch so den Running Gag, dass zu sagen, dass das so ein weißer Schimmel ist. Medienjournalist, ja haha, was denn sonst? Naja. Aber ne, das sagen nur doofe Leute. Aber ausgedacht habe ich es mir nicht. Den Begriff gab es schon. Ne, okay. Dann ändere ich ihn ausgesucht. Hast du ihn dir selbst für dich ausgesucht oder ist er dir zugeschrieben worden? Nö, das ist halt das, was ich mache. Das ist ja jetzt weder ein Gütesiegel noch irgendwie eine Beleidigung. Ich beschäftige mich halt mit Medien und alles, was ich so journalistisch mache, ist meistens so einmal gebrochen, also auf einer Meta-Ebene. Weil, was manchmal auch ein bisschen merkwürdig ist, weil ich halt dann selten irgendwie, was weiß ich, über Politik schreibe oder rede, außer vielleicht heute, sondern halt darüber, wie Medien dann darüber berichten. Naja, das heißt, du kannst nie über ein Thema selbst sprechen. Es ist so, lass uns über den Tod reden. Nein, lass uns darüber reden, wie die Medien über den Tod reden. Ja, das ist manchmal lästig, aber ehrlich gesagt kommt mir das auch ganz gelegen, weil ich finde das manchmal leichter. Ich bin nach so ein bisschen aufgeregt, weil ich gar nicht weiß, wie kompetent ich jetzt bin und ob ich jetzt furchtbar auffliege, als aha, wenn der Herr einfach über die Dinge selber reden soll und nicht einfach sagen kann, ja, aber wie die Medien das gemacht haben, so geht es nicht. Dann ist der Herr aber ganz schön. Du hast gesagt, du bist vorbereitet. Gerade, wir haben uns unten, wir sind in Berlin heute nämlich wieder im Hauptstadtstudio und wir haben uns unten getroffen und ich habe gesagt, ich hoffe, du bist vorbereitet und du hast Dinge behauptet. Ja, es ist mir aber wirklich unklar, ob ich wahnsinnig übervorbereitet bin oder tatsächlich gleich meine komplette Ahnungslosigkeit auffliegen wird. Keine Ahnung, es ist beides möglich. Ich hoffe, ich hoffe auf beides gleichzeitig. Aber ich stelle mir das privat ja ganz cool vor. Irgendwie so, Schatz, wir müssen über unsere Beziehung reden. Ne, lass uns lieber darüber sprechen, wie Medien über Beziehungen sprechen. Lässt sich nicht einfach alles, alles lösen? Du hast das wahrscheinlich als Kind schon bei deinen Eltern gemacht. Räum dein Zimmer auf. Nein, ich möchte darüber sprechen, wie Medien über das Zimmer auf. Nee, so war es nicht. Es war dann eher so, dass ich tatsächlich diverse Mikrofone und ähnliche Gegenstände kaputt gespielt habe, weil ich immer nachgespielt habe als Kind, wie ich vorm Weißen Haus stehe und da der Auslandskorrespondent bin. Wirklich? Also ursprünglich war die Faszination mit Medien so eine unmittelbarere, dass ich denke, ja, ich stehe dann da und erzähle den Leuten, was da jetzt der amerikanische Präsident gemacht hat. Krass, du warst so ein Freaky-Kid, wie schön. Ist das Freaky? Ja, das ist total Freaky. Aber ich meine das als, also eigentlich beleidige ich die Leute ja immer am Anfang, aber ich meine das als reines Kompliment. Freaky-Kids sind die Besten. Cool. Ich glaube, der Teil, muss ich jetzt überlegen, wahrscheinlich gibt es Freaky-Kids, das sollte ich so nicht sagen, aber das kommt mir auch jetzt nicht so Freaky vor. Haben andere Kinder das nicht gemacht? Die haben so Fußball gespielt und sowas. Ich war nie ein Draußenkind, das war irgendwie nicht weins. Nee, okay. Aber ich weiß jetzt, vielleicht machen wir es kaputt, wenn wir jetzt anfangen, Freaky-Kids zu definieren, vielleicht lassen wir das einfach. Ich würde es jedenfalls nicht grundsätzlich so definieren, dass man etwas tut, das niemand anders tut. Ich glaube ja, wir sind alle Freaks, wie sich das gehört. Es wird vielleicht noch ein bisschen freakiger, wenn ich dazu sage, dass ich manchmal diese Mikrofone auch kaputt gemacht habe, weil ich Schlagersänger sein gespielt habe. Das war auch so eine kurze Phase. Guck an, ich muss dich gar nicht beleidigen, du tust es einfach selbst. So bin ich. Ist das schön, ist das schön. Lass uns, es ist schon ein bisschen traurig, lass uns mit etwas Traurigem anfangen. Verlierer der Woche. Wer hat für dich die Woche verloren? Es ist super leicht, es ist Boris Johnson. Ja, ich hatte so einen Verdacht. Ich hatte so einen Verdacht. Ich glaube, er selbst weiß es sogar eigentlich auch. Schön, oder? Aber sag mal, warum hat er für dich die Woche verloren? Na, also ehrlich gesagt, für mich ist es ein Gewinn, weil es wirklich, es gibt ja immer so diesen Reflex auch zu sagen, ha, und wie lustig ist der und wie unterhaltsam und natürlich kann man sich auch mit ihm viel mehr beschäftigen als mit so einem Bundeskanzler, wie wir ihn haben. Ja, wirklich? Wer? Wer ist das noch gleich? Manchmal spricht er nicht mit Journalisten, aber der regiert, glaube ich. Achso. Und natürlich schillert der irgendwie, aber eigentlich ärgert mich das, wie der jahrelang damit durchgekommen ist. Das ist ja faszinierend, dass das klappt, sozusagen. Ich spiele den dummen Clown und komme dann mit allem durch, weil ich selber mich schon offensichtlich nicht so ernst nehme. Und dass das jetzt irgendwie mal zu Ende geht, und ich glaube, er ist so doppelt, also für mich ist er doppelter Verlierer, nicht nur, weil er jetzt halt irgendwann tatsächlich nicht mehr Premierminister ist, sondern weil es auch so traurig ist, wie er sich noch daran klammert. Also wie er auch in den letzten Stunden, wenn alle anderen schon wissen, das ist vorbei, wie er immer noch verzweifelt, sich da so an die Macht und an sein Amt krallt. Das ist doch dieser Roadrunner, diese Cartoons sind das doch, wo der irgendwie dann die ganze Zeit schon in der Luft ist und alle sehen, dass da gar kein Boden mehr unter ihm ist. Und also insofern ist er da jetzt wirklich auch eine traurige Figur. Das finde ich ganz befriedigend. Ja, verstehe ich. Das ist, ich finde Boris Johnson mit fast eigentlich egal welchem Cartoon zu vergleichen immer eine gute Idee. Ja, ja, also ich meine, genau, also er tritt zurück als Parteivorsitzender, auch nicht direkt, sondern er will schon noch warten irgendwie, bis es eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gibt. Und ich finde ja ganz schön, dass er sich so auf sein Mandat beruft, weil er irgendwie sagt, ja, aber mich haben noch so viele Leute gewählt, aber dass er dann irgendwie drei Jahre später eben auch nicht einmal sagen kann, die haben mich gewählt, weil die dachten, ich kann das, sondern sich vielleicht auch daran messen lassen muss, ob er es wirklich konnte. Das ist schon, das ist, ich meine, das muss man erstmal schaffen. Ich bin immer so neidisch auf solche Leute. Ja, aber ab wann beginnt dann der Punkt, wo es, also das ist natürlich toll, wenn man in so einer eigenen Blase, in der wahrscheinlich auch man nur selber drin ist und sich toll findet. Also das ist, irgendwie ist es beneidenswert, aber müsste man nicht auch so einen Punkt haben, dass man so zwei, drei Leute haben, die einem dann wirklich in solchen Momenten sagen, du Boris. Ich glaube ja, die gibt's, ne? Aber der war wahrscheinlich doch dann so ein bisschen jenseits allen Zuhörens. Aber ich beneide so Leute, die so ein bisschen, die so ein Verhältnis zur Realität haben, dass so ein, dass das mehr so eine Gelegenheitsfreundschaft ist. Weißt du, die irgendwie sagen, ach hey, du, ja, nö, komm, klar, wir können uns kurz unterhalten. Und dann gehst du aber auch wieder, wenn du mir gerade lästig bist. Weil ich weiß nicht, ich finde ja, einfach um jetzt, damit es nicht zu fröhlich wird hier, ich finde ja die Realität, ich finde die schon auch oft wirklich gut, aber ich finde sie auch manchmal wirklich gar nicht so, also sagen wir mal, ich mag ihre Alternativlosigkeit nicht so. Das ist immer, das ist jetzt die Realität. Okay, wenn sie anders sein soll, muss man sie selber ändern. Und dann, uh, anstrengend. Und dann gibt es diese Leute, die einfach sagen, ah nö, heut mal nicht. Ich finde das, für mich selber fände ich das auch irgendwie beneidenswert. Also hätte ich das auch gerne. Aber es ist halt, wenn solche Leute in irgendwelchen verantwortlichen Positionen sind. Das Faszinierende ist ja, dass er wirklich damit durchgekommen ist, so lange. Ja, es ist faszinierend, das stimmt. Und ich liebe das, kennst du dieses Bild, wo er, das ist irgendwie bei den Olympischen Spielen in London entstanden, wo er in der Luft hängt mit so einem, wie heißen diese, Zip-Line, wo man an so einem Seil runterfährt. Ich glaube, ja. Und das Ding war kaputt. Und er hing da drin mit so einem Harness, die ja auch, wo man ja nie wirklich vorteilhaft drin aussieht. Und dann blieb das so auf halber Strecke hängen. Und er war da drin mit so einem Helm, Harness, zwei so Plastik-Union-Jack-Fähnchen. Und für jeden Politiker wäre das das Ende der Karriere gewesen, wenn er da so hängt. Und weil das so klar war, nein, es ist Boris Johnson. Und also er hat dieses andere Verhältnis zur Realität. Das überträgt sich aber auf uns andere dann auch. Also weil er so denkt, naja, aber ist halt so. Ist ja nicht peinlich, ist ja nicht schlimm. Also diese Art von Peinlichkeit ist halt das Konzept. Also das passt, das ist Boris Johnson. Es wäre, man würde ihn gar nicht erkennen, wenn er nicht in etwas würdeloser Art und Weise in der Luft hängen würde. Was ich nicht weiß, was ich gerne wüsste, wie viel von diesem, wie du sagst, diesem sporadischen Verhältnis zur Realität auch Kalkül ist. Ganz viel. Es ist ja meist so, dass die klüger sind, als sie tun. Was erstaunlich ist, weil das können auch die wenigsten eigentlich. Klüger tun, als man ist, ist... Nee, andersrum, andersrum. So rum geht es. Sie tun dümmer, als sie sind. Guck mal, wie dumm ich heute bin. Aber es ist auch irgendwie erst 20 nach 10. Das ist zu früh für mich. Ja. Ich glaube, ich kann jetzt... Also ich empfinde es auch als Gewinn, und zwar natürlich auch aus den ganz offensichtlichen Gründen, dass er dann eben nicht mehr in dieser Machtposition ist, aber auch, weil es jetzt so viel leichter ist, über ihn zu lachen, weil er entmachtet wird, endlich. Solange... Ich denke das ja auch immer, ich finde auch die AfD faszinierend. Ich finde das alles wahnsinnig unterhaltsam, wenn es nicht so gefährlich wäre. Und wenn er jetzt gerade irgendwie... Wenn er jetzt gerade zurücktritt, dann kann man endlich halt das tun, was er ja eigentlich wirklich will, nämlich, dass man immerhin lacht. Das kann man endlich machen. Das Schlimme, oder um es jetzt nicht zu optimistisch werden zu lassen, wer danach kommt, ist halt auch nicht unbedingt besser. Also es zeigt sich dann auch schon, wenn man sich so ein paar von diesen Leuten anguckt, die da jetzt im Gespräch sind als Nachfolger, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass der nächste Ausschlag jetzt in die andere Richtung kommt, dass jetzt ein super kompetenter, seriöser Premierminister da folgt. Also da könnte auch noch jemand kommen, der jetzt nicht nur schlechter, sondern auch langweiliger ist. Das ist dann vielleicht wirklich unschön. Ja, das ist schön. Lass uns das einfach mal wirken lassen. Hat dieser Podcast immer so gute Laune? Oder habe ich die jetzt mitgebracht? Nee, nee, das ist das Konzept. Das Konzept ist in der Regel, dass die Gästinnen und Gäste weinen am Ende. Ich sage auch in jeder Folge mindestens einmal das Wort Gästin, weil sich dann Leute immer so schön aufregen. Obwohl, ich möchte es nochmal sagen, es ist ein altes Wort, es existiert schon sehr lange, ich habe es nicht erfunden. Es ist wie Medienjournalist. Das gibt es auch schon. Es hat eine Bedeutung. Nee, nee, doch schlechte Laune ist das Grundkonzept. Du machst alles richtig bis jetzt. Ich fühle mich komplett zu Hause. Ist es nicht wirklich traurig, wie wenige Menschen, die einem Hoffnung geben, es in der Politik gibt? Oh, das ist jetzt aber eine Frage. Ähm, ja, das Problem ist aber natürlich auch, dass so ein paar Menschen, die einem das gegeben haben, einen so enttäuscht haben. Also so mit Barack Obama gab es ja irgendwie so eine Phase, wo man, ich glaube auch schon damals ein bisschen ahnen konnte, dass diese Hoffnungen ein bisschen übertrieben sind. Aber da hat man sich ja auch gerne irgendwie mitreißen lassen. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht von Natur aus so ein sehr positiver Mensch, weil es man nur nicht gemerkt hat. Aber natürlich gibt es auch so Punkte, wo man denkt so, okay, hier ist jetzt jemand, der kann irgendwas in Bewegung setzen. Und wenn du davon mal oft genug enttäuscht wurdest, ist es halt auch schwer, sich da nochmal anstecken zu lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich die Zahl der Leute, die einem Hoffnung machen, insgesamt irgendwie weniger geworden ist. Das glaube ich jetzt auch nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass es jemals viele waren. Ich weiß es nicht. Wir bräuchten es gerade besonders. Das ist natürlich der Punkt. Ja, wir bräuchten es gerade besonders. Das stimmt. Aber ich meine auch vorher, auch vor all den jetzt gerade akuten und akut sehr schlimmen Krisen gab es ja schon eine wahnsinnige Politikverdrossenheit, die nicht zuletzt daher rührte, dass es immer so ein bisschen das Gefühl gab, ja, Gott, ist doch jetzt eh egal. Was natürlich nicht stimmt. Also ich bin ja gegen Politikverdrossenheit. Ich finde sie aber auch nicht, also ich finde sie verständlich, denke aber trotzdem, Demokratie und so, wir müssen. Aber es gibt ja auch so Leute jetzt momentan, die zum Beispiel, die wirklich sehr hoch gelobt werden. Robert Habeck zum Beispiel, den hatten wir jetzt schon ein paar Mal in diesem Podcast. Und der ja wirklich wahnsinnig gut kommuniziert. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, wie groß ist der Teil der Inszenierung, gefällt uns nur die Inszenierung oder ist es tatsächlich ehrlich und so. Man weiß es ja am Ende nicht. Aber ich bin da grundsätzlich auch seiner Art der Kommunikation gegenüber sehr positiv eingestellt. Ich habe mich aber auch schon bei dem Gedanken erwischt, oh Gott, wann kommt der, wann kommt die Scheiße, die er macht? Und wie geht er eventuell auch mit Dingen um, die nicht funktionieren? Also diese ganze Frage, jetzt entfernen uns ein bisschen vom Thema Boris Johnson, aber diese ganze Frage der Sanktionen gegen Russland und so. Wird das funktionieren oder nicht? Das kann ja sein, dass das schief geht. Ich bin ja, wie gesagt, sehr erstaunt darüber, wie sicher sich ganz viele Leute sind, was genau getan werden sollte und was zum Erfolg wird. Ich glaube, es kann alles schief gehen. Und es könnte ja schief gehen. Und die Frage ist dann, wie geht Robert Habeck zum Beispiel dann mit den Dingen, die er zu verantworten hat, um? Ich hätte jetzt eher das Gefühl, dass das Gefühl, das so unmöglich ist, dass es nicht schief geht. Also ich habe eher so, also insbesondere da jetzt die Annahme, eigentlich kann das alles nicht funktionieren. Und auch da werden ja so diese kurzen Momente der Hoffnung, wenn man denkt, ey, die Sanktionen wirken. Und jetzt, also wenn McDonald's rausgeht aus Russland, dann können die wirklich nicht weiter Krieg führen. Und dann hast du so vier Wochen später die Nachricht, alle McDonald's Filialen von irgendeiner russischen Firma übernommen. Also selbst, um jetzt dieses wirklich alberne Beispiel zu nehmen, aber ich habe, ich habe ernsthaft, McDonald's bringt Russland zum Fall. Aber ich habe ernsthaft das Gefühl, dass ich mir kaum vorstellen kann, wie das denn gut ausgehen soll. Vielleicht ist das an der Stelle sogar eine Chance für jemanden wie Robert Habeck, dass der dann auch nicht dafür geprügelt wird, ey, das hat ja nicht geklappt, weil eh alle davon ausgehen, das kann kaum klappen. So ist ja eigentlich seine Kommunikation auch, zu sagen, wow, eigentlich wissen wir gar nicht, wie wir hier rauskommen sollen, aber wir versuchen mal hier und da. Ja, aber ich meine, das ist natürlich, das würde jetzt voraussetzen, dass es von den politischen Gegnerinnen und Gegnern einen auch nur halbwegs fairen Umgang mit dieser Krise gäbe, was natürlich nicht passieren wird. Nö, nö. Aber da sind wir hoffentlich dann auch schlau genug, nicht zu denken, so okay, wenn wir, also mit Friedrich Merz, wären wir jetzt schon, wäre die Sache gelaufen. Ja, wir könnten ja Robert Habeck vielleicht, falls er zuhört, tut er bestimmt, hey, hat ja nichts zu tun sonst gerade. Ich würde so als Tipp geben, falls es irgendwie alles schief geht, dass er sich einfach in würdeloser Position in die Luft hängt an irgendeiner Stelle und das durch die Medien irgendwie mitfilmen lässt, damit er einfach sagen kann, guckt mal Leute, ich sehe albern aus. Mit den verwuschelten Haaren, da geht auch schon was. Lustig, dass du es sagst, weil auch die, also die Wuscheligkeit von sowohl Robert Habeck als auch von Boris Johnson haben wir auch schon thematisiert. Bin ja immer noch davon überzeugt, dass sich unter den wuscheligen Haaren sehr unterschiedliche Köpfe befinden, aber dass sie in ihrer Wuscheligkeit sind, sind sie eins. Wie sehr möchtest du einen von beiden die Haare mal nicht verwuscheln, sondern gerade streichen? Nee, nee, ich finde, die Wuscheligkeit darf bleiben. Ich bin nicht so, dass ich einen großen Drang habe, Menschen, die ich nicht kenne, in die Haare zu fassen. Ja, das ist von dem Fisch auch. Da müsste ich sie, sagen wir mal, erst Dinner, dann kommen wir zum, also weißt du, ich bin, weiß ich nicht, ich kenne die ja nicht. Ah gut. Da habe ich mich jetzt richtig gut kraft. Dann streiche Boris Johnson halt nicht die Haare glatt. War ja mal ein Vorschlag. Nein, er möchte das ja so. Du weißt es doch. Ich möchte gerne mit dir über etwas sprechen, worüber sonst fast niemand spricht. Die Wertschätzung fehlt. Man wird verheizt, man hat keine Zeit für den Patienten. Die ständige Überarbeitung, Überstunden, keine Pause. Teilweise wurde ich an freien Tagen morgens um sechs angerufen und gefragt, ob ich nicht heute spontan zum Frühlingskommen kann. Es war ein kontinuierliches Löschen von Feuern, die überall ausbrachen sozusagen. Da hatten wir im Schnitt zwischen 50 und 60 Patienten dauerhaft, sprich zwischen 20 und 30 Patienten pro Pflegekraft. Und das sind einfach Zahlen, die nicht schaffbar sind. Und ja, die Konsequenz war einfach nur, dass man mir gesagt hat, wenn ich mich dem Job nicht gewachsen fühle, dann muss ich gehen. Kannst du erraten, um welches Thema es gehen könnte? Ja, Pflege, Krankenhäuser und der weitgehend unbekannte Streik in Nordrhein-Westfalen. Was sind es, die Unikliniken? Genau, an allen Unikliniken wird gestreikt seit inzwischen zehn Wochen in Nordrhein-Westfalen. Es ist erstaunlich. Wann hast du das mitbekommen, so richtig bewusst? Ich habe es mitbekommen, weil uns bei Übermedien Leute immer wieder geschrieben haben, sagen, macht mal was darüber, warum niemand was darüber macht. Das ist so lustig. Genau so war es bei mir nämlich auch. Genau so war es bei mir nämlich auch. Mich haben Leute angeschrieben und gesagt, Leute, bitte tut was. Und ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe es vorher schon irgendwie am Rande mitbekommen, aber ich war letztlich genauso ignorant wie alle anderen. Also ich habe das irgendwie gelesen. Es ist ja auch schwierig. Es ist ja auch schwierig, zu sagen, was soll ich denn dann jetzt tun? Also ich als Medienschaffende, nennt man das dann, glaube ich, da ist die Antwort einfach. Die Konsequenz haben wir ja auch gezogen und ziehen sie auch jetzt. Aber jetzt so als Privatperson denkt man irgendwie, aha, dann streiken die da. Und was noch hinzukommt, was ich ja das Faszinierendste an diesem Streik finde, ist, dass der natürlich stattfindet, aber die können, also die Frage bei einem Streik ist ja immer, wie wichtig sind die Menschen für die Bevölkerung oder für irgendwelche, also wie groß sind die wirtschaftlichen Ausfälle, die sie irgendwie bewirken können durch einen Streik und davon hängt ab, wie wahrscheinlich es ist, dass der Streik erfolgreich ist. Und bei der Pflege ist es aber nicht so, dass die eben einfach nicht so wichtig sind, sondern die sind so wichtig, dass wenn sie wirklich jetzt komplett streiken würden, halt einfach massenhaft Menschen sterben würden und das machen sie nicht, das können sie ja nicht machen. Das heißt, es gibt natürlich nur Notversorgung, die können gar nicht zu 100 Prozent streiken und nicht zuletzt dadurch wird das einfach überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, mein Gefühl ist, dass es jetzt, also ich glaube, in den letzten Wochen ist es ein bisschen besser geworden und ich glaube, ein Grund, warum es mehr Aufmerksamkeit gibt, ist, weil genau diese Erzählung da reinkommt, dass sich nämlich jetzt die Kliniken beschweren und Alarm schlagen, sagen, oh, aber Moment, wenn das so weitergeht, dann werden hier ganz viele Operationen verschoben und dann gefährden wir irgendwie Menschenleben und ich habe das Gefühl, dass es dadurch dann doch so eine Schwelle erreicht hat oder keine Ahnung oder so ein Narrativ war, wo dann Medien eingestiegen sind. Ja, aber immer noch sehr wenig, ich meine, zehn Wochen, das ist über zwei Monate und niemand kriegt es mit. Das ist erstaunlich. Ich habe mich das auch gefragt, warum das so ist, weil eigentlich das ja auch so, also man hat ja auch Sympathien sofort für die Leute. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ja, okay, für die will ich jetzt auch irgendwie nicht Solidarität zeigen oder irgendwas. Ich glaube, es ist halt wahnsinnig kompliziert. Also wenn du dich so ein bisschen da einliest, die wollen einen Entlastungstarifvertrag und einen Anerkennungstarifvertrag. Das klingt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wahnsinnig vernünftig. Und es ist aber so viel komplizierter, als wenn man jetzt sagen würde, die wollen endlich jetzt mal 1000 Euro mehr im Monat. Die wollen ja gar nicht mehr Geld. Eben. Das ist halt gar nicht ihren Punkt. Das finde ich, das finde ich fast noch das Lustigste daran. Die wollen, also die streiken ja vor allen Dingen, damit die Patientinnen und Patienten besser versorgt werden können. Die streiken für uns. Ja. Also es ist, ich stimme dir zu, es ist eine gute Erzählung eigentlich. Die kann man, also, und das ist lustig, weil jetzt reden wir ja über Medien, ne? Du Profi. Also die Medien tun ja einige Dinge, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen. Uns zu, Entschuldigung. Huch, wir sind in einem Podcaststudio, uns zu nahe treten zu wollen. Die Medien tun ja einiges, weil es eben eine, eine gute Erzählung ist oder weil es eben keine gute Erzählung ist. Und man muss sich eigentlich auch nicht so lange damit beschäftigen. Es ist irgendwie, die sind wahnsinnig wichtig für das, das Wohlergehen und Überleben der Bevölkerung. Die sind, die haben recht mit ihren Forderungen. Die wollen nicht mal irgendwie was groß Egoistisches, sondern die wollen ihren Job einfach ordentlich machen können. Und trotzdem passiert das nicht. Ich glaube, eine traurige Antwort ist, es gibt halt keine geilen Bilder. Also irgendwelche Pflegekräfte, die mit Bannern durch die Straßen ziehen. Ja. Leute, die sich auf den Straßen festkleben und dann gibt es wütende Porsche-Fahrer, die dann versuchen, die da wegzuziehen. Dann gibt es Ärger mit der Polizei oder sowas. Schafft es jedes Mal in die Medien. Ja, das könnte ein Punkt sein. Ich glaube, ein anderer Punkt ist noch, das habe ich aber irgendwo auf Twitter von einer Person aus der Pflege gelesen, ich weiß jetzt leider tatsächlich nicht mehr, wer das war, ist eben auch die Sache, dass die Leute tatsächlich ungern über dieses Thema nachdenken. Weil man denkt ja, also du bist ja, natürlich könnten wir alle zu jeder Zeit betroffen sein, aber man denkt eben einfach nicht so wahnsinnig gern darüber nach, dass man ja krank werden könnte. Und wenn man dann krank ist, dann bist du krank, da gehst du nicht protestieren. Aber das überzeugt mich jetzt nicht so richtig, weil gerade weil ich nicht drüber nachdenken will, möchte ich doch einfach die Gewissheit haben, ich muss nicht drüber nachdenken, weil das wird schon halbwegs in Ordnung sein. Wenn ich aber das Gefühl habe, eigentlich weiß ich, dass das nicht in Ordnung ist, müsste ich doch umso mehr aktiviert werden als normaler Bürger und von mir aus auch als Journalist zu sagen, da sollten wir dann uns dafür einsetzen, dass das besser wird, weil es uns irgendwann betrifft. Ich glaube, dass der Mensch nicht so funktioniert. Tatsächlich. Ich glaube, die Emotion, die zu vielen Klicks und viel Empörung führt und ich meine, so ist es auch im Journalismus, gerade im Journalismus, nicht zuletzt im Journalismus, will man das, dass Leute viel, viel klicken und so. Ich glaube, das, was zu diesen vielen Klicks und dem großen Interesse führt, ist nicht das Gefühl, ja, nee, das könnte mich mal betreffen, nee, da sollten wir wirklich mal. Das ist schon, das verlangt viel zu viel um die Ecke denken und in die Zukunft denken vor allen Dingen auch. Was Klicks generiert, ist Wut und Empörung, die jetzt gerade stattfindet und das, das passiert da nicht. Also ich habe jetzt einen sehr schiefen Vergleich und auch das, was glaube ich, wir in den, also wir, die wir uns vorher nicht mit Wissenschaft beschäftigt haben, in den letzten Jahren als anekdotische Evidenz näher gebracht bekommen haben, aber ich möchte es trotzdem erzählen. Ich habe, also ich habe hier diese ZDF-Reihe, die ich einmal die Woche mache und da merkt man eben auch, wenn wir zum Beispiel über das Thema Abtreibung, Schwangerschaftsabbrüche, das haben wir jetzt schon zweimal diskutiert, also ohne da jetzt wieder reinkommen zu wollen in das Thema, wenn ich darüber rede, da gab es jetzt gerade natürlich quasi ein Fenster, ein Fenster des Interesses, das vielleicht eine Woche angehalten hat, wo die Leute wirklich drüber gesprochen haben. Ich habe aber vor ein paar Wochen schon eine Folge darüber gedreht, als dieses Urteil des Supreme Courts in den USA drohte, aber noch nicht aktuell war. Und das sind so die Folgen, die am wenigsten Leute interessieren. Das ist wirklich so. Und man würde denken, nee, ist da ein totales, ist so wichtig, man muss darüber diskutieren, man muss abwägen zwischen Leben und Tod, das einen der anderen, wann fängt Leben an, das ist super interessant. Es ist auch, da kochen die Emotionen ja auch eigentlich hoch, aber es ist eben auch so ein Thema, über das die Leute nicht so gerne nachdenken. Es ist unangenehm, man möchte das nicht. Und ich glaube, alles, was in irgendeiner Form mit medizinischer Versorgung zu tun hat, fällt darunter. Man will das nicht so gerne. Ich will auch nicht darüber nachdenken, wie das später ist, wenn ich vielleicht mal in einem Altersheim sein muss und wie ich dann da leben werde. Ja, ich verstehe das und trotzdem so richtig kapiere ich es nicht, weil es ja auch so etabliert ist. Also jetzt nach Corona ist ja eigentlich, wenn man es jetzt so zynisch formuliert, der beste Zeitpunkt zu streiken und die Aufmerksamkeit der Bevölkerung zu haben. Also wann haben wir das stärker gefühlt, wie wichtig ein funktionierendes Geburtssystem, was wollte ich sagen, Gesundheitssystem, ist als in dieser Zeit, also die ganze Zeit wieder, oh, das Gesundheitssystem darf nicht kippen und sowas. Also wenn nicht jetzt der Zeitpunkt ist, auch mit so Sachen wie Joko und Klaas mit dieser Sendung, die den ganzen Abend dann eine Pflegerin ausgestattet haben mit so einer Kamera, wo man dann stundenlang zugeguckt hat. Das war ja alles zugänglich und bewegend und emotional und betrifft uns zumindest, ja, vielleicht nicht gerade jetzt, aber vermutlich in irgendeiner Zukunft, allemal. Richtig habe ich keine Begründung dafür, warum das nicht stärker verfängt. Ich habe jetzt auch gelesen, ich fand das wirklich interessant, wenn man sich so ein bisschen zwingt, sich damit zu beschäftigen, dass die da in Nordrhein-Westfalen so ein Punktesystem fordern, dass die irgendwie festlegen wollen, wann immer im Grunde eine Schicht war, wo zu wenig Pfleger da waren, dass man dann einen Punkt bekommt und wenn man genug Punkte gesammelt hat, kriegt man dafür einen freien Tag. Und dass das der Weg auch sein soll, um dann Druck auszuüben, auf die Krankenhäuser genug Leute einzustellen, damit das nicht passiert. Wenn man sich damit beschäftigt, dann finde ich das total clever und die sagen halt auch, wir wollen das, die Krankenhäuser bieten glaube ich inzwischen sieben zusätzliche freie Tage an und die Gewerkschaft sagt so, nee, das ist nicht der Punkt, wir wollen nicht pauschal sieben Tage, sondern es soll, und ich finde das wirklich, dass so vieles davon klingt wahnsinnig vernünftig und clever und durchdacht und vielleicht ist es einfach zu kompliziert, um so in einem Satz, dass man, weiß ich nicht, jemandem in der Küche zurufen kann, ihr, was die da jetzt gerade machen, was ich hier im Fernsehen sehe, du musst dir das angucken. Ja, ja, das ist schon ziemlich, aber es ist vielleicht, ich weiß es nicht, ich möchte noch was zu Joko und Klaas sagen. Das finde ich nämlich spannend. Also ich habe diese Woche fürs ZDF auch darüber gesprochen und da habe ich genau das Ding nämlich gesagt, nee, ich will nicht darüber reden, weil Joko und Klaas haben ja schon darüber geredet. Ja. Und ich glaube, dass das tatsächlich, zumindest gerade so bei so, bei so eher unterhaltenden Formaten, vielleicht auch den Satireformaten, die es ja so gibt, die sich ja sehr gerne Missständen widmen, tatsächlich ein Faktor ist. Also Joko und Klaas haben ja nicht einfach, hey, wir machen mal einen Beitrag darüber, sondern die haben so den Beitrag darüber geredet. Und das eben in der Pandemie, als die Wertschätzung gerade tatsächlich sehr groß war. Und ich war danach bei diesem Fernsehpreis, also als Zuschauerin, ich habe da nichts bekommen, aber ich war da und habe mitbekommen, wie, da haben sie nämlich auch eine Pflegerin und einen Pfleger, ich hoffe, ich sage das richtig, auf jeden Fall zwei Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, denen die Bühne gelassen. Und sie haben irgendwie was gesagt und dann haben alle so ganz ergriffen, ganz lange das getan, was der Pflege am meisten hilft, nämlich applaudiert. Und ich saß da auch und ich habe auch ganz brav applaudiert und habe irgendwie, es ist ja auch ein Teil, ist ja auch wirklich ehrlich gemeint, aber ich konnte mich nicht ganz von dem kleinen bisschen Ekel freimachen, den ich dann so gespürt habe dabei. Und ich habe das Gefühl, danach war das Thema durch. Es wurde ja jetzt behandelt. Das finde ich leider sehr plausibel. Also so als Reflex zu sagen, naja, wie will man das jetzt noch toppen? Das ist so eine ganz normale Art. Ja, wir haben das jetzt, wir als die Medien, auch die unterhaltsamen Medienformate, haben das jetzt in der bestmöglichen Art behandelt. Ja, und das Problem an solchen Problemen ist ja, dass man sie nicht dadurch löst, dass man es einmal sagt. Und das ist eben das Problem. Man muss es immer wieder sagen und man muss dranbleiben. Ich meine, diese Fridays for Future Proteste, oder die Streiks, ist ja auch ein bisschen die Frage, ob man es Streik nennen soll oder nicht. Aber die wurden ja auch sehr schnell dann so gelobt. Und die ganze Politik hat gesagt, ja, macht ihr toll. Und waren dann so ein bisschen genervt davon, dass sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen dadurch nicht einfach haben abspeisen lassen. Und wenn sie einfach jetzt einmal ein Wochenende protestiert hätten oder irgendwie, dann wäre auch alles gesagt gewesen. Aber das reicht ja nicht. Ich fürchte auch, dass bei diesem Gesundheitswesen-Thema, dass das halt auch so eine Systemfrage ist. Und ich könnte das jetzt nicht mal im Detail durchdeklinieren, was denn an dem System, wie Krankenhäuser, wie das Gesundheitswesen in Deutschland organisiert ist. Was? Du hast gesagt, du bist vorbereitet. Ich bin empfohlt. Aber ich glaube, in Wahrheit ist selbst das, was die da jetzt fordern mit mehr freien Tagen und irgendeinem Punktesystem oder sowas, ist wahrscheinlich auch nur Kosmetik für irgendein prinzipielles Problem mit dem kapitalistischen Unterbau, Überbau oder so dieses Systems. Und ich meine, dann sind Leute wie ich sofort raus, weil ich glaube das sofort. Aber du merkst schon, ich könnte es dir auch an keiner Stelle erklären. Und ich glaube, dass das natürlich auch ein Punkt ist, wo ganz viele andere Leute auch abschalten. Ja, vielleicht gucke ich mir mal eine gute dreiviertelstündige Dokumentation dazu an, die mir das erklärt. Aber vielleicht auch nicht, wenn gerade irgendwie was Lustiges mit Joko und Klaas läuft. Die jetzt wieder andere Themen haben, weil sie haben das ja schon behandelt. Ja, genau. Ja, das kann sein. Vielleicht sind sie einfach zu vernünftig. Vielleicht ist das, was sie fordern, zu plausibel. Und das finde ich ganz schön, wenn wir den Fehler jetzt auch einfach bei den Streikenden suchen. Ja. Die machen das nicht richtig. Die sind zu, die sind zu bescheiden, die sind zu fleißig, die sind zu vernünftig. Das wollen wir alles nicht. Müssten die sich an so Patienten festkleben? Wäre das die Lösung? Ey, weißt du, genau darauf möchte ich nämlich gerne kommen. Aber kurz noch auf ein anderes, sagen wir mal, in dem Kontext müsste man es sehen als Positivbeispiel für Streiks, für Proteste. Ich kann die Landwirte in Teilen verstehen. Was ich missbillige, ist die Art und Weise, wie sie in den Niederlanden da vorgehen, einem Ministerin mit dem Güllefass vorm Haus zu begegnen. Es wurde vom Militäreinsatz eben noch gesprochen gegen Landwirte. Ja, das hast du wahrscheinlich mitbekommen. Das habe ich mitbekommen. Ich kannte die Formulierung nicht. Einer Ministerin vor dem Haus mit dem Güllefass begegnen. Hallo, hier ist das. Bitte sehen Sie hier das Güllefass. Güllefass, Ministerin, Ministerin Güllefass. So, wir lassen euch dann mal alleine. Ja, so war es wahrscheinlich. Ich glaube, so höflich hat es sich ungefähr abgespielt. Wahrscheinlich ähnlich wie höflich war diese Szene, über die viel gesprochen wurde, als tatsächlich Schüsse fielen und die Polizei irgendwie nicht nur Warnschüsse abgefeuert hat, sondern auch auf einen Traktor. Die Umstände sind, glaube ich, noch nicht abschließend geklärt. Also die Polizei sagt, dass die Traktoren, also nicht die Traktoren selber, sondern die Menschen, die darin saßen, mit ihren Traktoren drohend auf sie zugefahren sind, dass es eine bedrohliche Situation war. Die Gegenseite sagt, nein, nein, das stimmt alles nicht. Wie auch immer, das ist ja nicht unser Thema. Es geht um diese Bauernproteste in den Niederlanden, die auch schon, also seit über zwei Wochen sind die, zu Gange. Und es geht um geplante Umweltauflagen, nach denen der Stickstoffausstoß deutlich reduziert werden soll. Das ist für viele Betriebe, wird das ein ernsthaftes Problem werden. Es geht aber natürlich um Klimaschutz. Also sind wir wieder beim Thema Abwägen. Aber darüber wollen wir nicht reden, weil wir haben ja keine Ahnung von den Themen selber, sondern wir wollen darüber reden, wie gehen die Medien damit um. Und das ist interessant, weil das ist in einem Nachbarland, trotzdem habe ich davon jetzt aktuell mehr gehört, als vom Pflegestreik, wenn ich mich nicht bemühe. Und das sind natürlich Bilder. Ich bin so neidisch auf Bauern, die wirklich dieses ganze Arsenal haben. Also wer ist am besten ausgerüstet für jede Form von Protest? Also allein, wenn du so eine Autobahn damit absperrst, mit deinen Traktoren, sieht das geil aus. Du musst auch gar nichts groß erklären. Du hast dieses Bild, wie Traktoren irgendwie die Autobahn blockieren und du weißt sofort, wer protestiert und warum. Ist dann egal, wird schon irgendwas mit Umwelt oder sowas sein. Und du hast so all diese Eskalationsmöglichkeiten. Du hast einen Güllefass. Ich fand es lustig, deswegen war diese Formulierung nochmal besonders schön. Ich habe so unterschiedliche Meldungen gelesen, ob man ihr das nur dahingestellt hat oder ausgekippt hat. Was ja, finde ich, eine deutlich unterschiedliche Art von Provokation ist. Also einen Güllefass hinzustellen, finde ich erstmal als Symbol zu sagen, ist nicht nett, aber kann man schon machen. Auskippen vorm Privathaus. Aber dieses ganze Arsenal zu haben. Und wirklich, hast du dieses Foto gesehen? Es gibt ein Bild, wo so ein Polizeiauto irgendwie mit Stroh ausgestopft oder überschüttet wird. Und aus dem ganzen Polizeiauto quillt irgendwie Stroh. Und das ist so... Ich habe das nicht gesehen, aber jetzt habe ich das Bild schon im Kopf. Ja. Das sind halt Bilder. Man muss sie nicht mal sehen. Man kann sie mit Worten beschreiben. Sie sind da, ja. Und das ist auch, mit dem Stroh dachte ich auch so, wahrscheinlich ist das auch ein schlimmer Strafstatbestand, in den Polizeiautos Stroh zu packen. Es war aber auch gleichzeitig niedlich. Ich kann mir vorstellen, dass es bis jetzt noch keiner war und dass sie es jetzt einfach dazu machen, dass sie sagen, oh, okay, das müssen wir mit aufnehmen, das geht nicht. Und auch da nächste Eskalationsstufe Gülle im Polizeiauto, deutlich andere Nummer. Bringen sie nicht auf Ideen. Bringen sie nicht auf Ideen. Also harten Neid auf die, allein die Möglichkeiten, die der Beruf des Bauern zum Streiken mitbringt. Ja, aber das ist eben die Frage, wie sollte man protestieren? Also die Pflegenden, soweit ich das beurteilen kann, dann machen das tatsächlich sehr vernünftig, sowohl in ihren Forderungen als auch in der Form. Und das ist nämlich die Sache, die könnten, also die haben ja nicht nur Bilder, sondern die haben eigentlich wirklich Macht oder hätten sie, wenn sie skrupellos wären und wenn sie nicht nur ihre, weiß ich nicht, ihren moralischen Kompass als Privatperson, sondern auch ihren gesamten Berufsethos über den Haufen werfen würden, dann hätten sie wirklich, dann könnten sie einfach sagen, nee, wir machen nichts mehr. Wir machen jetzt nichts mehr, egal wie viele Menschen sterben. Und dann wäre die Hölle los. Dann wäre die Hölle los. Und dann ist natürlich die Sache, man könnte ja sogar so argumentieren. Man könnte das ja schönreden. Man könnte sagen, ja, wir machen das jetzt so. Und dann verhindern wir aber dadurch vermeidbare Tode, die durch die nicht ausreichende Patientenversorgung, die es eben so gibt, sonst verursacht werden würde. Ja, ich verstehe die Logik, aber natürlich würde das nicht funktionieren. Und natürlich wäre das irgendwie eine Art von Geiselnahme eher als ein Streik. Ich sage ja nicht, dass ich mich dafür ausspreche. Ich will das immer so in den Raum werfen. Auch grundsätzlich wirklich die Frage, wie findest du, muss man applaudieren? Huch, jetzt bin ich da schon wieder. Wie muss man protestieren? Wie muss man streiken? Also sollte man sagen, hier, das sind unsere Forderungen, aber lasst euch nicht stören. Oder beim Klimastreik Fridays for Future oder letzte Generation, die sich auf Autobahnen festkleben? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass da wieder die Medienlogik auch dem, was eigentlich gut wäre, entgegensteht. Also diese Leute, die sich da festkleben, ja in Berlin gerade ungefähr jeden Tag auf den Autobahnen, Autobahnen sich da festkleben an den Ausfahrten. Ich finde das wahnsinnig unsympathisch, um jetzt mal so ein harmloses Wort zu nehmen. Ich glaube auch, dass du damit viele Leute verschreckst, wo du eigentlich denkst, du willst doch eigentlich die große Bevölkerung auch so mitnehmen, dass die Leute sagen, ja, ich unterstütze euren Protest. Ich finde, das ist sehr schwierig bei diesen Methoden. Und andererseits sind das natürlich genau die Methoden, die du inzwischen machen musst, damit das Thema immer noch in den Nachrichten bleibt und nicht alle schon so Achselzucken machen, ja, es ist wieder Fridays for Future, da stehen wieder irgendwelche Leute am Brandenburger Tor, vielleicht sind es sogar mehr als beim letzten Mal, vielleicht sind es weniger, aber es ist so business as usual. Und da steht so, also ich finde das interessant, ich weiß auch nicht, wie man diesen Konflikt auflösen kann, dass eigentlich das Ziel, dass du als Protestierende versuchst, dass die Leute hinter dir stehen, sich solidarisch empfinden oder sowas, dass du die mitnehmen musst, das steht dem entgegen, dass du aber eigentlich, um das Thema in den Medien zu halten, das Gegenteil machen musst. Ich finde, das sieht man an diesen Festklebeaktionen da von Last Generation, wie sie heißen. Ja, das würde ich so unterschreiben und ich habe auch keine Lösung. Ich habe auch keine Lösung. Ich glaube, also ich merke, du hast keine moralischen Bedenken, Menschen in ihrem Alltag zu stören, sondern du siehst es eher zielgerichtet, naja, man macht sie dadurch, man macht sich unsympathisch. Also die moralischen Bedenken, das müsste man dann im Detail nochmal gucken, das wird ja dann auch so ein bisschen unübersichtlich, weil dann immer die Frage ist, verhindert man da, dass zum Beispiel irgendwelche Notärzte durchkommen, die sagen selber, sie haben dafür Vorkehrungen getroffen, und irgendwo ist immer ein Platz, wo jemand nicht festgeklebt ist, damit genau das nicht passiert. Das wird dann so ein bisschen unübersichtlich, kann ich auch nicht nicht im Detail überprüfen. Aber ja, moralisch ist das schon auch an der Grenze. Aber das finde ich, ist jetzt erstmal tatsächlich verbunden mit dem Konzept, wir wollen Leute wachrütteln und aufrütteln, dann muss ich die auch nerven. Also das ist schon irgendwie mit angelegt da. Also ich finde, Menschenleben gefährden, egal auf welche Art und Weise, geht nicht. Sowohl in der Pflege, natürlich, als auch tatsächlich, wenn Notärzte nicht durchkommen. Aber alles, was den Menschen einfach lästig ist, finde ich, ich denke auch, man muss abwägen, vor allen Dingen, was das Anliegen angeht. Aber Klimakatastrophe ist Klimakatastrophe. Deswegen finde ich, kann man da schon recht weit gehen. Aber ich stimme dir schon zu, man muss eben, man muss auch ein bisschen zielgerichtet denken. Also was wollen wir erreichen? Und Aufmerksamkeit ist das eine, aber ein großes, großes Problem beim Klima ist eben auch, dass es einfach nicht genügend Menschen gibt, die ihre Lebensgewohnheiten ändern sollen. Also ich weiß, die Politik muss es lösen. Aber hilft das da? Hast du das Gefühl, dass diese Proteste irgendwas dazu beitragen, dass die Chance steigt, dass jetzt zum Beispiel die Bundesregierung irgendeine schärfere Maßnahme ergreift, auf irgendeine Erdgasförderung oder irgendwas verzichtet, weil die Leute da protestieren? Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte relativ lang, eigentlich so bis Corona, so das Gefühl, dass Fridays for Future wirklich was ändern kann. Und ich will nicht sagen, dass ich dieses Gefühl völlig verloren habe, aber so ein bisschen, es ist, man weiß ja gar nicht mehr, wo man hingucken soll vor lauter Krisen im Moment. Und ich habe Fridays for Future im Moment auch nicht so im Blick. Und ich nehme tatsächlich diese Festklebeaktion noch eher wahr. Und da wird sich dann, natürlich stürzen sich die Leute, die keine Lust haben, über die Klimakrise nachzudenken, stürzen sich dann ja auch immer auf dieses Menschen werden gefährdet Thema. Ich weiß es nicht. Ich bin völlig ratlos. Ich habe eigentlich, eine Idee habe ich, und zwar, dass alle Streiks für egal welches Thema immer vom Bahnpersonal ausgeführt werden. Also egal, worum es geht, Leute können sich einfach an die Leute, die bei der Bahn arbeiten, wenden und sagen, hier, wir würden gerne, hier diese Sache mit dem Klima ist uns schon ein bisschen wichtig. Und dann streikt das Bahnpersonal. Aber das wird man ja nicht merken. Das würde ja nicht wirklich einen sichtbaren Unterschied im Funktionieren der Bahn machen. Doch, doch, die streiken dann richtig so. Komm, wenn das Bahnpersonal streikt, das merken die Leute doch. Woran denn? Daran, dass nicht so viele Züge fahren. Also wie jetzt? Streiken die gerade? Nein! Darauf will ich doch seit Minuten hinaus auf diese billige Ponte. Okay, ja, ich bin sehr dumm. Ich verstehe, ich verstehe. Nein, aber guck mal, ich meine, das ist ja schon so, wenn ein Streik ist, dann sitzt der echt fest irgendwie. Und das ist das, was die Leute so richtig, 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 richtig nervt. Und ich glaube, wenn man einfach immer denkt, ja, okay, die Bahn fahren nicht wegen Klima, wegen Pflege, wegen was auch immer. Dann muss, also die Bahn muss es dann halt lösen. Aber ich meine, die Bahn gehört zur Bundesregierung. Bundesregierung, die löst das schon. Ich kann es nicht im Detail sagen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dein Plan nicht komplett durchdacht ist mit der Bahn. Ich bin empört. Du bist mir viel zu vorbereitet. Du bist mir viel zu vorbereitet. Du müsstest ja mal sagen, oh, toll, Sarah, super Vorschlag, genial und das um kurz vor 11 Uhr morgens. Weißt du was, du kannst auch einfach mal was Freundliches sagen. Sag doch mal was Nettes über... Sag doch mal was Nettes über diesen Mann. Lieber heute als morgen. Haben Sie mal was gemacht, von dem Sie überzeugt waren, dass es richtig ist? Manchmal muss dich jemand zwingen, neu anzufahren. Da schickt dir niemand eine SMS und sagt, das war richtig, das hast du gut gemacht. Christian Lindner. Ja. Heiratet dieses Wochenende. Er hat schon gestern. Ja, ja, ja. Standes. Also in welcher Reihenfolge? Ah ne, stimmt, genau. Standesämtlich und dann... Achso, genau. So richtig kirchlich heiraten ja irgendwie nur in der Kirche... Ich weiß es auch, ich kenne mich damit auch nicht aus. Mit diesem heiraten? Ja, genau. Das ist, glaube ich, so, wenn zwei Menschen einander so ein bisschen gut fühlen. Egal. Also Bienchen und Blümchen finden sich gut und dann, ja, heiraten. Das ist schon das Positivste, was du über ihn sagen kannst. Nein, das fiel mir noch gerade ein. Dieser Werbespot, aus dem ihr jetzt diese O-Töne hattet, der ist super. Das ist ja der irgendwie aus der Nordrhein-Westfälischen... Aus der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen vor, ich weiß nicht wie viele Jahren. Und der ist gleichzeitig total eklig und super. Und ich habe den bestimmt hundertmal geguckt, weil der so toll fotografiert und geschnitten und auf den Punkt und gleichzeitig Quatsch ist. Ich mag an Christian Lindner seine Professionalität. Ich habe das ein paar Mal erlebt, das ist ja so jemand, der so frei reden kann. Und das imponiert mir total. Das ist jetzt vermutlich nicht die einzige Qualität, die ein Politiker haben sollte. Man kann vermutlich über seine Politik ausstreiten. Aber ich habe so einen gewissen, so einen Grundrespekt dafür, dass da jemand vorbereitet ist zum Beispiel, um das nochmal zu sagen. Ich stelle mir das vor, wie in deinem Privatleben alle nur so mit Zettel in der Hand rumlaufen. Null. Du verteilst morgens die Texte, was alle sagen sollen. Wobei ich überlege gerade, ob ich diesen Eindruck jetzt einfach mal fördern soll. Ja, genau so ist das. Oder ob du das mal umsetzt. Einfach, das wäre auch ganz schön. Nee, ich bin gar nicht so. Aber ich kann mich dem nicht ganz entziehen, dass ich das irgendwie dann doch beeindruckend finde, dass so jemand das professionell macht. Und ich habe auch so Momente, wo ich diese komische Bromance, es gab ja so Momente zwischen ihm und Habeck, wo man so merkt, auf irgendeine Ebene können die miteinander. Es gab so Pressekonferenzen. Die freisprechenden Untersuchungen. Aber wo die sich auch so die Ballad zuspielen und wo das denen auch irgendwie wichtig war, zu sagen so, ja, hier, Christian, wir haben uns da ja abgesprochen und sowas. Ich bin da gar nicht stolz drauf, aber irgendwas daran gefällt mir. Ich finde, das ist ein schönes Lob, weil es ehrlich ist, ohne zu behaupten, dass du den Mann komplett gut findest. Ich würde ihn jetzt nicht wählen zum Beispiel. Ich würde ihn jetzt nicht heiraten, und das ist auch schwierig, weil er ist ja gerade dabei. Das kann man ja, das ist ja jetzt auch nicht seine erste Hochzeit. Ja, das stimmt. Du meinst, man könnte gleich die dritte hinterher schieben, wo er so in Übung ist. Ja, nein, ich meine, er heiratet. Ich finde das ganz toll. Wir sollten unbedingt über diese Hochzeit sprechen, weil ich finde, Hochzeit ist einfach so, wie teuer war das Brautkleid? Wo sind die abgestiegen? Was für Skandale gab es? Der passt doch super. Nein, es interessiert mich alles überhaupt nicht. Aber ich glaube, das Einzige, was interessant ist an diesem Thema, ist der Umgang der Medien. Nein, aber der Umgang der Menschen damit. Also wie, die Grundfrage, dürfen Politikerinnen und Politiker überhaupt noch ein Privatleben haben? Also wie viel, wie groß ist der Teil ihres Privatlebens, für den sie Rechenschaft ablegen müssen? Es gibt ja die Diskussion darüber, dass diese Hochzeit, also das ist jetzt die vereinfachte Darstellung der Menschen, die sich darüber aufregen, dass diese Hochzeit den Steuerzahler Geld kostet. Weil diverse Menschen, die da zu Gast sind, zum Beispiel sein Bro Robert Habeck, was nimmt, der kommt, weiß ich auch nicht. Als Vorbereitung, weil ich vorbereitet bin, auf diesem Podcast gelesen, dass der genau wie Annalena Baerbock und irgendwelche CDU-Leute eingeladen sind. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber das ist völlig egal. Genau, diese Leute, dass einige dieser Leute Personenschutz haben und nötig haben, genau wie Christian Lindner selbst und das kostet natürlich Geld. Wobei, wenn ich das jetzt, ich habe auch da nur so ein ungesundes Halbwissen, aus genau dem Grund haben die doch schon ihre eigentlich geplante Traumhochzeit in der Toskana abgesagt, weil das dort anzureisen mit den ganzen Buddies, die irgendwie auch wichtige Politiker und Minister sind oder sowas, dass das tatsächlich irgendwie wirklich zu teuer geworden wäre. Jetzt, wenn du so Traumhochzeit sagst, dann hat das gleich so ein bisschen Gossip-Style. Ich weiß das nur aus der bunten. Also ich blättere Ich habe seriös recherchiert, ich weiß das aus der bunten. Das ist zum Teil meines Berufes, dass ich regelmäßig die bunte durchblättere und der entnahme ich diese Information. Ich nehme an, dass man auch auf diesem komischen Sylt auch irgendwie eine Traumhochzeit feiern kann. Also ich habe jetzt da auch kein Mitleid. Ja, es klingt so ein bisschen so irgendwie herbeigeredet oder so, uh, was kostet das den Steuerzahler? Man kann das schon machen und irgendwie ist auch was dran an diesem Gefühl. Einerseits diskutieren wir, ob wir irgendwie weniger lang duschen sollen und andererseits macht er da drei Tage Sause auf Sylt. Aber irgendwie steht es mir dann auch nicht, also sollen sich Leute gerne darüber aufregen, ich muss das jetzt auch nicht tun. Ja, ich finde es völlig ein Bullshit, sich darüber aufzuregen. Und zwar gar nicht so sehr, weil ich denke, ach komm, ist doch egal, sondern weil ich es berechtigt finde. Also die Tatsache, dass die Personenschutz brauchen, liegt ja daran, dass sie in der Politik sind. Also der Grund dafür ist ihr Beruf, den sie, und jetzt wirklich keine Bewertung darüber, wie sie ihren Job machen, aber den Beruf, den sie für uns ausüben. Das ist ja so. Und deswegen brauchen die diesen Personenschutz. Ja. Und wenn die den dann eben für eine Hochzeitsfeier brauchen, dann ist das halt so. Also die Hochzeitsfeier ist natürlich was Privates, aber der Personenschutz nicht. Und dass der dann nicht für eine private Hochzeitsfeier ausgesetzt werden kann, vor allen Dingen eine, die derart präsent ist in den Medien und diskutiert wird, ist ja völlig selbstverständlich. Also ich finde, das ist einfach ihr gutes Recht, bumm, fertig. Ja, aber ich müsste auch diese umfangreiche Berichterstattung nicht haben, wobei ich da jetzt auch wieder in diesem lustigen Dilemma bin, dass ich genau der Erste bin, der dann die peinlichsten Beispiele aus dieser Berichterstattung dann irgendwie wieder per Twitter weiter verbreitet. Also ich bin da leider auch Teil der Verwertungsmaschine dann auf so einer halbironischen, wieder auf so einer Meta-Ebene. Ja, ja, ja. Meta-Ebenen sind ganz toll. Meta-Ebenen retten einen vor zumindest dem Anschein von Banalität, auch wenn die Banalität manchmal trotzdem da ist. Das ist jetzt nicht mal gegen dich speziell, das ist auch Selbstkritik. Ach so. Ach, das dachte ich, jetzt würde ich wenigstens mal angegriffen hier. Ja, okay. Ja, es ist scheiße. Es ist alles scheiße, was du machst. Scheiße ist es scheiße. Danke. So, ja. Ich finde, diese Frage, sollte man in dieser Situation, in der wir uns befinden, die Welt sich befindet, eine fette Party schmeißen, das ist eine andere. Das ist eine andere Frage. Ich würde die nicht unbedingt anders beantworten. Ich weiß nicht, ob Christian Lindner jetzt nicht fett heiraten darf, wegen Krise oder so, da habe ich keine eindeutige Meinung zu, ehrlich gesagt. Aber da, finde ich, greift eben auch wieder die Frage, inwiefern geht es uns was an? Also die Frage Personenschutz auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, finde ich, ist es einfach berechtigt. Also ja. Und die Frage, sollte, wenn Wolfgang Kubicki kürzer duscht, was er nicht tut, natürlich. Ja, außerdem ist er auf dieser Party, er wird die ganze Party lang duschen einfach. Er wird sehr gut riechen, er wird da mit so ein bisschen Hautproblemen, weil es ist ja auch gar nicht so gesund. Es ist nicht so gesund, ich glaube auch. Aber sollte in einer Zeit, in der gespart werden sollte, eine Person aus der Regierung so öffentlichkeitswirksam ausgelassen und ausufernd und überbordend feiern, das finde ich eine andere Frage. Ich weiß aber nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es so ausufernd ist, so ja, es ist Sylt, ja, das wird alles schon viel Geld kosten, aber da fehlt mich jetzt auch der Vergleich, ob andere Leute, die irgendwie ähnlich gut verdienen oder gut vernetzen und vermutlich auch vermögende Freunde haben, die ihnen das eine oder andere da bezahlen, also ob das jetzt besonders exzessiv ist, also es ist ja jetzt nicht, dass er da irgendwelche Geldscheine verbrennt. Das weißt du nicht. Das würden wir, davon würden wir hoffentlich erfahren. Ja, obwohl das sehr, sehr lustig wäre, wenn der Finanzminister das tun würde. Ich glaube, ich finde das auch letztlich, finde ich das nicht entscheidend. Ich finde, das soll er einfach genauso machen, wie er möchte. Ja. Ich habe da auch da ein merkwürdiges Grundvertrauen in die Professionalität von Christian Lindner. Du meinst, er wird sehr professionell heiraten? Ja, der wird bestimmte sehr peinliche Sachen, die auch möglich sind in solchen Zusammenhängen, glaube ich, einfach nicht tun, weil er das für nicht professionell hält. Weiß ich auch nicht, ob das stimmt, was ich jetzt sage, aber ich behaupte das jetzt mal. Aber wäre es nicht sehr lustig, wenn er so immer frei sprechen könnte und da würde er dann aber mit Zettel am Traualtar und drauf gucken und sagen, äh, ja. Und den Namen auch nochmal ablesen von seiner Frau. Den Namen, den ich auch nicht parat habe gerade, weil mich Hochzeiten nicht so... Franka Lefeld. Ach, guck mal, siehst du, er ist vorbereitet, Leute. Nein, den habe ich, weil ich da wirklich im Thema bin. Die ist ja Chefreporterin Politik bei Welt. Ja, ja, das wusste ich aber sogar zumindest bedingt. Was ja den lustigen Interessenskonflikt produziert, dass sie da steht und über die Politik von ihrem Jetzt-Mann irgendwie Dinge sagt und bei Springer, den die Welt gehört, sagt man, wie Interessenskonflikt, was soll denn daran das Problem sein? Ja, okay. Ja, das ist schon sehr lustig. Das ist schon sehr lustig. Nein, die sollen schön feiern, die sollen schön feiern und wir kommen jetzt langsam zum Ende. Wir kommen aber noch nicht ganz zum Ende, denn es gibt ja noch eine längere Version dieses Podcasts, ihr kennt das schon, in der ARD Audiothek. Das ist die kostenlose Audio-App der ARD. Geht da hin. Da reden wir noch ein bisschen über, naja, darüber, warum wir unsere Berufe machen, glaube ich, hauptsächlich. So könnte man das zusammenfassen. Wenn ihr das nicht möchtet, dann abonniert diesen Podcast. Dieses Mal ist es ganz besonders wichtig, denn das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir machen jetzt Sommerpause bis Anfang September. Am 9.9. geht es weiter. Und weil ihr wahrscheinlich sehr vergesslich seid, müsst ihr diesen Podcast abonnieren, damit ihr die erste Folge dann nicht verpasst. Wenn ihr es schön fandet, könnt ihr euer Lob wie immer schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr es nicht schön fandet, dann dürft ihr eure Kritik wie immer an jede andere E-Mail-Adresse schreiben, die nichts mit uns zu tun hat, wie ihr möchtet. Ansonsten hören wir uns am 9.9. wieder. Vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Sehr gern. Das war sehr schön. Habt einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. War es das? Ja. Ja? Dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Ein Podcast vom NDR. Immer freitags nachmittags. Guten Tag. Mein Name ist Christian Ehring und ich möchte mit Ihnen über Abos reden. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, einfach hier zu klicken und extra 3 zu abonnieren? Völlig kostenlos und unverbindlich? Hier gibt es übrigens direkt das nächste Video von uns. Ja. Trauen Sie sich. Es lohnt sich.